Und da sind wir wieder zurück und begeben uns, denke ich mal, in die Untergrundhüllen. Einfach das Erkundungsset benutzen. Allerdings musst du dazu draußen sein. In Häusern oder Hüllen klappt das nicht. Und jetzt ab mit dir. Ah. Bist du etwa das erste Mal hier? Willkommen in Chinos Untergrundhüllen. Diese Hüllen bilden ein riesiges Netzwerk aus Gängen und Daten von Chinos. Wie? Was ich hier mache, fragst du? Wie erkläre ich dir das am besten? Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder eine Geheimbasis errichten. Genaueres erfährst du vom Untergrundmann in Ewigenau. Wenn du zurück an die Oberfläche möchtest, drücke einfach Y. Ich muss jetzt los, man sieht sich. H. Meine Idee ist das groß. 0 von 40. 0 von 40 was? Wo bin ich denn? Ich bin da. Ich gehe mal zu dem Fragezeichen darüber. Okay. Was mache ich hier? Ich gehe mal zu. Guck mal, da so ein Ding habe ich zum Beispiel nach mir. Ich kann nicht den mit dem Pip. Kämpfen. Guck mal, da so ein Ding. Was geht? Level 27? Und dann? Ich geh mal zu. Ich geh mal zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Mal gucken ob ich ihn gefangen bekomme Boah, echt jetzt? Das nennst du knapp, mhm Oh, dann fange ich dich halt mal an Lama So, jetzt kommt es auf die Nase Komm her Nice Gibt wenigstens ordentlich EP Kann man ja schön leveln hier Aber, äh Okay Die Fragezeichen Das sind dann Gegner So, was ist das Leuchtende? Bin ich denn da? Kleiner Vorsprung Möchtest du versuchen dort zu graben? Ja Wie, was denn das? Oh Im Akkundexekt befindet sich eine Notiz Nach Schätzengraben Hm, ein Spitzhanger Hammer und Spitzhanger Mit diesem Werkzeug kannst du wahre Schätze aus den Wänden holen Aber achte darauf alles auszugraben, bevor du die Wand einstürzt Du schaffst es Du schaffst es Du hast es in der Ja, so schnell konnte ich das jetzt aber nicht lesen Damit kann ich wechseln Okay Dann einfach mal hier oben So Oder wie Ah Warte mal Oha Oha Wie oft darf ich denn hier hämmern? Und was kann da einstürzen? Ach, da oben, die Decke Okay, ich hab verstanden Ja, was soll ich jetzt hier ausgraben? Okay Hm Hm So, ich muss das alles freikriegen, ja? Dann soll ich, äh Oder muss das Graue weg? Ich glaub, das Graue muss weg Ich glaub, das Graue muss weg Ich glaub, das Graue muss weg Okay, dann, ähm Schauen wir doch mal Er ist nix Oder muss ich tiefer graben? Ah So Ist das Was gefunden? Muss er jetzt da drauf hammern? Äh Nein, muss ich nicht Ja Was ist das? Aha Ah Toll Okay Alles klar Oh Was wird das? Hä Okay Okay So, das ist ja riesig groß 1,45 Was 1,45 1,45, äh Hier diesen Wandgräbern oder was ich ausgraben kann Ich glaube Hä Hä Komisch Ich mein Fahrrad benutzen Hallo Fahrrad Nee Ich geh's nochmal drüber Ey, wer bist du? Deko, okay Nee, ich will keine Deko Wer weiß, wofür das cool ist von der Stadt bekommen hat 2,45 2,45 Okay, dafür krieg ich's Die Tafel Die Tafel So, also ich kann jetzt hier rein und dann ist das Fragezeichen weg mit aus Okay Wenigstens kann ich den ausreichen Einfach hier Vorbeilauf Okay, trainieren kann ich ein andermal Werden wahrscheinlich alle relativ stark sein Wieso bist du jetzt hier? Nein In einem Bereich will ich in die Oberfläche zurück Alles ja Riesig 43 Ja, okay, das mache ich Keine Ahnung Sammle ich ein andermal Ich geh jetzt mal an die Oberfläche Unterkante Höhenkarte Okay, achso Ich bin jetzt hier in diesem einen Bereich Ja, ich mach mich mal weiter Schlau darüber, was das genau ist Dann guck ich mal Ob ich das auch was so offline mache Oder Ob ich das auch noch mit aufnehmen Aber Ja Ja Alles klar Ähm Guck mal grad was das ist Dieses komische Dinger da, wo auch immer die sind Hä Hä Was sind denn diese Dinger Was sind denn diese Dinger Was sind die denn nicht Komisch Keine Ahnung Wo die gelagert sind Ey, wo ist man? Boah, jetzt kann der mein Fahrrad so nicht anbauen Wo muss ich das So, Fahrrad Äh Favorit Äh, nee Registrieren Auf So 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 Nach oben Wie Aufsteigen Alles klar So Äh Tudu 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 So, wo wollte ich hin? Was ist mein nächstes Ziel? Tudu 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 ... Sonderbomber ... Ich steigte sofort ein Level. Okay. Ah ja. So. Machen wir den zweiten Gang rein. Ja, Fahrradfahren macht Spaß. Toll. Soll ich mich schon weiterfahren lassen können. Axel. Axel Foley. Yeah. Let's go. No. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hältst du schon dann? Hältst du mal eine Ballon? Heißt du mal die Ballon, ey. Hältst du mal eine Ballon? Also... Noch mal zurück in die Stadt. Und Schutz holen, das ist mir zu aufwendig. Zu nervig. Hier alle Ritt. Wo ist denn hier der Shop? ich habe noch acht schutz habe ich die denn ich habe Es ist kein Schütz. Da! so jetzt kann es losgehen ich wollte nach jubelstadt auch städtisch in jubelstadt so dann hier in jubelstadt angekommen wollte ich wo war denn das? hier? das war Apartment hier? ganz Spaß für alle ich glaub hier war das muss ich nur mal gucken wo dieser typ ist ähm der mir wunderschöne komische Fragen gestellt hat Lieblings Fernsehsendung alle glücklich wifi connection oh dass du ausgerechnet dieses Spruch kennst zeigt mir dass du in der Branche den Durchblick hast du bist doch ein Pokémon Trainer habe ich recht? dann lass ich mal meine Beziehungen spielen und sorge dafür dass du von nun an bestimmte Geschenke erhalten kannst ja das ist schön das wollte ich darum ging es nämlich und dadurch ha habe ich jetzt freigeschaltet Geheimgeschenke dann klatschen wir mal rein so per Internet empfangen dann bin ich mir gerade hergestellt so suchen nach Geschenken Geschenk? ich meine vier Ei bitte wähle ein Entschuldigung erstmal das Ei hm 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 Modeartikel hm 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 weh das Latin Outfit okay hm Wohl hm können wir gucken wie find ich das Ei Tja, nächste Frage, eine Frage, eine Ahnung, vielleicht mal eine Pokébox, da ist er sein. Lassen wir mal das Ei in der Schachtel, vielleicht muss das Erfahrung sein. So, dann kommen wir hier wieder raus. Dann müsste das auch hier gewesen sein mit dem Video. Ach, das mache ich im nächsten Video. So, gut, dann war es das mit diesem Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin auf Wiedersehen.